hi leute bei uns geht es weiter mit der hauptmission kapitel 5 vierter akt unter der geheimen quelle wir sollen die ruine betreten und alles davor habe ich schon abgeschlossen dazu habe ich aber kein video gemacht weil ich kenne es ja zweieinhalb stunden blabla da gab es sogar eine quest geh und ruhe dich aus und es hat 10 minuten glaubt dass man da rauskommt genießen wir mal diese wieso können wir aber die neue charakterin nicht testen das frage ich mich gerade ich hätte schon keine schildone getestet okay und so ob ich dann reicht noch nicht das ist der klinik gestartet wieso darf ich den nicht besiegen ich habe kurz überlegt runter zu springen und gegen die zu kämpfen was soll passieren man kann auch runter dann auch wieder hoch komm wir besiegen die das ist ja kein aufwand ist hier was irgendwas versteckt das wäre cool ja ein bisschen loot das war es dann aber so erstmal den lila leute ihr kennt es ja und dann auch der Rest zack gibt es aber tatsächlich nicht am ende müssen wir wahrscheinlich eh herkommen deswegen ist gut dass wir ihn besiegt haben beziehungsweise die Truppe besiegt haben meine märme gut wir kommen wieder hoch und wir aus vor der Wiedergeburt aktiviert haben wir ihn wieder hier erhöhnen ok und so besiegen dass die kein schild aktiviert bekommen zack wo ist der andere und tschau noch was was ist da hinten nichts das spell ist von den masters of the night wind it's a roar da ist sie ja ich möchte die haben dreh die Vorrichtung um das Bild zu vervollsteigen und den Weg freizulegen schade ich hätte es gern selbst gemacht oh was ist denn das diese Räume sind Räume von älteren Zeiten wir sollten versuchen sie zu erinnern diese Mechanismen sicherlich kontrollieren das Räume das ist was ist was ist das ist alles nicht so etwas jetzt schauen wir uns das mal an was dreht sich das ding ja gleich und zwar jetzt ach das ist die kleine version von dem neuen boss das ist eine mini ediktion von dem rauskrieg ist aber kein loot ich glaube jetzt gleich ja das ist gut aus ja mehr bitte davon dann macht es wieder spaß die leute die mich seit tag eins kennen die wissen ja dass ich rätsel lieber egal welcher okay nach den ganz vielen gesprächen hier habt ihr noch die möglichkeit fragen zu stellen über ganz ganz viele themen und wenn ihr dann denkt dass ihr alle fragen beantwortet bekommen habt dann könnt ihr rauslaufen ich weiß die geheimen ruinen heißt das ist man auch fertig das ist fähre raus ja ich glaube ich frag mich gerade ob wir noch mal rein können geht nicht mehr na ok gut also sind auch fertig mit dem video weil ich wollte nur die sphäre sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten tschau